Da ist sie wieder. Gehst du das mit rauskommen? Nee, komm mal her. Oh, wie die draufhört, ne? Aber auch mit gewissem Respekt. Die Schleuner wird immer zick hier. Das war ja schade. Siehst du das? Mhm. Jetzt reicht's wieder raus. Mhm. Wir müssen wieder rauskennen. Das war's für heute. Dann hat sie sich erst mal unter Versteckten.